jo guten morgen leute hier ist euer lexer ja ich melde mich mal wieder die fasten fastnacht zeit ist rum so heißt es ja ja jetzt gehen wir in die fastenzeit ich wollte euch aber auch mal heute morgen zeigen wie geil wird er ein himmel sein kann sehen euch an da leute schaut euch diesen himmel an ist er nicht geil windig ist es auch es ist kalt traumhaft jo leute nachdem ihr den geilen hier gesehen haben sie immer wieder drin im warmen auch herrlich ist das ach ehrlich ehrlich ja was macht ihr so in der fastenzeit habt ihr euch was da vorgenommen oder ist es euch scheißegal der eine sagte egal der andere sagt ja ich faste süßigkeiten alle auf die seite der andere sagt gott kein alkohol 40 40 jahre lang kann man aushalten ich brauche es auch nicht obwohl immer eine party doch mal was feines ist nein aber leute ich wünsche euch noch einen schönen tag wir hören uns wir sehen uns euer lexer macht's gut gut